Hey Leute! Willkommen zu einem neuen Video von mir. Hallo! Ich nehme euch heute mit durch Weihnachtsshoppen. Meine Weihnachtsstimmung kommen über den Weihnachtsmarkt und so die typischen Weihnachtswochen halt. Und dann Weihnachtsdeko und meine Wohnung dekoriere und so was. Vlogmas halt. Das ist mein Du. Hallo! Tollstensensensensensens. Hallo! Viel Spaß! Hier ist toll. Die ist bestimmt auch recht gut. So eine Lichterkette bin ich auch. Wie hier oben. Lass es uns im Uhrzeigersinn laufen. Im Uhrzeigersinn. Das ist mir rum. Das ist gut für die Psyche. Okay. Für die Psyche geht mein Ruhrzeiger-Sinn. Vielleicht ist es mir besser, wenn wir die Sache drunter hören. Das ist sehr stark. Das ist 15 Meter lang. Ich hole einen Korb. Wo soll ich denn mit den 15 Metern hin? Aber 200 Euro würden ja viel mehr sind. Okay. Naja, 3 Euro und 50 LEDs mehr. 5 Meter mehr. Sinn macht schon, weil die sind ja nicht blöd, oder? Warum ist denn jetzt schon Weihnachts-Sale? Weihnachtszeit noch gar nicht angefangen. Batteriebetriebe, dann brauchen wir Batterien, oder? Ich kaufe mir jetzt Formen, weil dann kann ich in meiner eigenen Wohnung eigene Kekse in meinem eigenen Ofen bagnen. Die sind dann meins. Ich habe noch nie Kekse gebagen, doch. Ich möchte einen Keks. Äh, einen... 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 Aber dann sehe ich auf dem Fertischofen. Neh... Auf dem Weihnachtsmarkt ist doch ein Klassiker. Die neue Idee ist jetzt Geruchs-Youtube. Das war sehr geil, ein 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 Geruchs-Youtube. Meine lieben Freunde, bitte schreibt mir eure Weihnachts-Video-Wünsche in die Kommentare. Denn dann kriege ich neue Inspirationen und weiß, was ihr sehen wollt. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Morgen, whatever. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye! Bis zum nächsten Mal. I like you, yeah.